Megastar und Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence ist selbst nach drei Jahren nach der Veröffentlichung gestohlener Nacktbilder von ihr immer noch unfassbar verletzt. Hacker hatten 2014 tausende Privatbilder von Prominenten gestohlen und veröffentlicht. Jennifer gehörte damals zu den ersten Opfern. Jetzt spricht die 27-Jährige in einem Interview darüber. Als es passierte, war es so unfassbar verletzend, dass man es nicht einmal in Worte fassen kann. Ich denke, ich bin immer noch dabei, es zu verarbeiten. An einer Klage war die Schauspielerin aber nicht interessiert. Es hätte meinen nackten Körper nicht wieder zurück zu mir und dick gebracht. Daher war ich nicht daran interessiert, jemanden zu verklagen. Ich war an Heilung interessiert. Auch wenn man noch heute Bilder im Internet finden kann, für ihre Fans spielen diese schon lange keine Rolle mehr. Hoffen wir, dass es Jennifer bald wieder besser geht und wir sie bald wieder auf der großen Leinwand sehen werden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.